Heieieieiei Hehehe Hey wie bitte? Wolltest du mir doch mal Modrechte für deinen Channel geben? Für welchen? Ja hier, bei Twitch Buh, äh... Punkt 1 ich weiß nicht mal wie das geht Ist der erste Punkt Hab ich überhaupt keine Ahnung davon Aber wie gesagt, ähm... Du weißt ja ich stream ja so oft Und heute hatte ich halt einfach Langeweile Und vorhin wusste ja auch nicht Was ich zocken soll Deswegen hab ich gesagt Ja gut dann machen wir halt mal die Forest Und der eine brennt schon irgendwie Oder hat er eine ver... Ne der hat eine verklagen Ja lauft jetzt mal in meine Fallen Für was hab ich die sonst gebaut? Aber lieber Jogger Ich kann dir jetzt mal was zeigen Äh... Falls ich das habe Mal gucken Nein ich hab keine Pfeile mehr Könntest du mir jetzt Brandpfeile zeigen, hä? Ja ja, weil man sie anzünden kann Ja ja, weil man sie anzünden kann Ich hab auch schon nur einen Lappen dafür Nein ich konnte sie so anzünden Mit? Ja Bei den Lappen einfach rein kannst du nicht glaub ich, oder? Ne, kannst du nicht kombinieren Moment Ja 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 Weil Wenn ich nämlich jetzt ein Feuerzeug in der Hand habe Und mein Bogen Vorausgesetzt ich hab mein Bogen in die Hand Äh, wo ist er? Da ist er Ja, den will ich in der Hand haben Ja Und wenn ich nämlich jetzt mein Feuerzeug nehme Hab ich einen Brandpfeil Ich hab das jetzt gerade gesehen Durch die Zeitverzögerung halt vom Stream her Hast du mal ein Problem die Pfeile anzuklicken, hä? Ja ja, irgendwie schon Aber Schau, ohne dass ich jetzt ein Irgendeinen Lappen drauf hab Hab ich jetzt einen Brandpfeil Äh, gehabt Pfff Okay Aber irgendwie kann ich den nicht abschießen Also irgendwie ist das noch ein bisschen buggy Glaub ich Ja, weil du das Feuerzeug in der Hand hast Brauchst du zwei Hände frei für den Bogen Ja, aber schau her Ich kann den anzünden So Kann ich Doch, geht doch Ah, geht doch, ey Aber der bleibt glaube ich nicht lang oder so Aber ist schon mal cool, dass es geht Also Ich mach doch schon wieder den Fehler So Nein Ach Verdammt, der ist schon wieder runtergeflogen So ist es mir vorhin passiert Aber nur, dass ich gestorben bin Ich hasse die Dungeleit So So Ich mach jetzt erstmal High up Beyer So Schlafen Eine Runde schlafen Aber wisst ihr was, ich mach jetzt mal eine Pause Weil irgendwie Brauch ich jetzt mal eine Pause Leider nicht Und ich speichere das ganze ab und dann spiele ich beim nächsten Mal da einfach weiter Vielleicht heute noch Vielleicht heute noch, vielleicht morgen Morgen ist ja wieder Feiertag Und da haben wir wieder genug Zeit Und da hab ich bestimmt auch wieder Langeweile Und dann werde ich auf jeden Fall wieder weiter streamen, wenn mir langweilig ist Warum? Du kannst ja nachher noch Langeweile haben Ich denke mal, wir könnten auch unser Dead Space weitermachen nachher Ja 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 Könnt man machen Ja Weil wir haben jetzt ja auch sozusagen die Hälfte gestreamt gehabt Vorgestern Weil gestern Heiligabend Es ging einfach nicht mehr abends Ne, überhaupt kein Problem Ich hab mir schon gedacht, dass du da nicht mehr kommst Also von daher War eigentlich überhaupt kein Ding Überhaupt kein Problem Ja wie gesagt Ich mach jetzt eine kleine Pause Und dann wahrscheinlich Ja, dann später Dead Space 3 Im Koop mit Joker LP zusammen Bis dann, euer Blast Club Mimma Bibi Und Ciao